Ja, genau. Königstar von Endzorbon. Kette könnten wir mal eben umtun, oder? Können wir die Silberhalskette auch wegschmeißen? Wir werden das irgendwann... Da. Darfst du behalten. Storn? Ach, der Storn pennt. Nee, das ist Freya. Da ist Storn. Wir haben mitten in der Nacht, Lydia. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir warten hier. Ja, klar. 3 Uhr nachts. Da brauchen sie ja gar keinen Schutz. Nein. Warten wir mal 3 Stunden. Überobachten die beim Schlafen. Guten Tag. Storn. Die Luft hat sich verändert. Wir sind sicher. Also wart ihr erfolgreich. Ja, Entschuldigung, dass ich sie aus dem Bett schmeiße. Warum sind sie so groß? Storn ist mit der Zeit verloren gegangen. Er war ein Drache, ein Priester. Dann wandte er sich gegen sie... Warum haben wir das nochmal verwendet? Was? Ihr habt euch als wahrer Verbündeter der Skal erwiesen. Daher sind auch die Skal eure Verbündete. Das ist sehr nett. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wenn ihr den Windstein befreit und den Bann über mein Volk gebrochen habt, könnt ihr für den Rest von Solztheim vielleicht das Gleiche tun. Was? Damit werden wir Miraak nicht gänzlich aufhalten. Aber vielleicht können wir ihn etwas bremsen. Möchten wir jetzt das bei den ganzen Steinen nochmal machen? Nochmal so viele Schleiche? Dabei kann ich nicht helfen. Niemand hier kann das. Ihr benötigt das Wissen, das Miraak selbst erlernt hat. Ihr müsst mehr über dieses schwarze Buch herausfinden. Genau, erzählt mir was über das Buch. Miraak's Besitz? Es sieht nicht aus wie etwas vom Drachenkult. Es ist ein finsteres, unnatürliches Ding. Ich will nichts damit zu tun haben. Natürlich, aber ich soll mich darum kümmern, was es ist. Nelot. Er kam vor einiger Zeit zu uns und fragte nach schwarzen Büchern. Ich glaube, dass er sehr viel über sie weiß. Vielleicht sogar zu viel. Also müssen wir mit ihm reden. Der Weg des Wissens. Okay. Nelot. Sprich mit Nelot. Möge der Altschöpfer euch behüten. Schleiche nicht. Der ist einfach nur so groß. Ja. Also sind die Drachen zurückgekehrt. Nun, die Skal haben Schlimmeres überlegt. Wir können da durch ihren Arm gucken. Der Herr. Schla... Äh... Schlafen sie mal nicht. Stören sie mal nicht. Alchemielabor. Boah. So... Haben wir was zu tun. Verdammt. Ähm... Was sagt denn die Nicht-Magie-Karte? Wo müssen wir hin? Andersrum. Oh. Wir dürfen weit gehen. Sprich mit Nelot. Ja. Wir haben eine lange Reise vor uns. Lydia. Jetzt mach doch mal hin. Bist du bereit für die Reise? Und bist auf... Bist an meiner Seite? Endlich mal. Dass wir auch zusammen kämpfen können. Wir müssen jetzt schließlich ein Team werden. Oh. Mann! Du bleibst hier! Bleib hier! Arsch! Bist er! Bist er! So... Moment! Gut! Ist jetzt gut! Oh! Wir haben so viel... Geld! Da können wir uns sogar zwei Pferde leisten! Lydia. Lydia, du kriegst auch ein Pferd! Lydia, du kriegst auch ein Pferd! Ich glaub... Ich glaub kaum, dass das geht. Aber egal! Theoretisch könnte Lydia auch ein Pferd bekommen! Dann wäre sie mal endlich schneller unterwegs! Lydia, wo bist du? Ja! Du bist so lahmarschig! Ja! Du bist so lahmarschig! Na ja, was soll's! Ich hab mich so über eine Gefährtin gefreut! Irgendeinen Manko musst du ja haben! Da ist Feuer! Ja! Was wird das für ein Geräusch? Oh! 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 Was ist das denn? Oh! Ein Zweigling! Zwei Zweiglinge! Oh! 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 Ich hasse diese Geister hier, die hier rumgeistern oder was das auch immer ist. Ich hasse dich abgrundtief. Auf mein neues Lydia, ja? Was hältst du davon? Oh, jetzt bringen wir es zu Ende! Boah, jetzt mach doch einfach irgendwas mit deiner Waffe. Na komm, stirbt durch einen blöden Wolf. Warte. 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 Das war's. 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 Ach, Lydia! Hier? Fleisch? Wo? Fleisch? Fleisch? Okay, machen wir. Machen wir ja schon. Nö, hier auch nicht. Gut. Und hier? Nope. Mal gucken, wo wir das oder den finden. Wo finden wir jetzt Kirschlamm? Kirschlamm? Ja? 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 ja wenn wir mal in ruhe so kann ja treffen muss gelernt sein ich meine Ruhe ja 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 Das war's für heute. Fantastisch, ähm, das war Zufall, dass wir eben mal einen Drachen finden. Ich würde gerne wieder hoch... Nur ein starker Wille kann eine Drachenseele beherrschen. Vielleicht seid ihr nicht so richtig, wie ihr denkt. Ist er mit mir? Ich werde ihr starker... Mirak! Der hat mir die Drachenseele geknaut. Geklaut. Was für ein Sack. Der hat mir die Drachenseele geklaut. So ein Penner. Ich war so stolz, dass wir den erledigt haben. Und ich war so stolz. Vielen Dank.